Und damit Willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Grimace's Birthday. Das ist ein Wemmespiel von McDonalds, das erst in dieser Woche rauskam und welches man theoretisch auf dem Game Boy Color spielen könnte. Ich mach's aber mal am PC. Jo, ziemlich frisch, deswegen weiß ich auch nicht, was mich erwartet. Da unten stellt, help Grimace find his friends in time to blow the candles out. Jo, okay. McDonalds, I'm loving it, ja. Set für den PC. Start Game. Ich hab erst Fresskarte gelesen, statt Freeskate. Fresskarte. Hm, ist die Speisekarte, los unbenannt. Äh, Normal Mode, Hard Mode, hey. Wir wollen hier mal ganz normal abspielen. Ups, drücken wir mal Z-drücken, wahrscheinlich, ja. Okay. It's your birthday, ja. Ich muss gleich nix drücken, oder? Geht das automatisch? Ne, ich muss doch drücken. Ja, jetzt aber Birdie hier und den Hamburglar und die McNuggets. Ich kenn dieses Franchise nicht aus Charakteren. Ey, ich weiß zumindest, wie der Hamburglar aussieht. Der ist auch links am Rand, das seht ihr gar nicht. Könnte ich hier ein Bild einblenden? Have you seen this man? Yes, I have. I'm not telling. Ich kann ja mal abstimmen jetzt. Mal gucken, was da rauskommt. Oh, man sieht kein Ergebnis gut. Da muss ich auch nichts einlitten davon. The only problem is, there are nowhere to be found. Nein. Äh, wo sind die denn? Missing. Und die Dinger, da muss ich einsammeln, die Shakes, ja. Das ist doch irgendwie copyrighted, oder? Wer bist du denn? Äh, irgendeine Frau? Ja, ich probiere mein Bestes. Level 1.1. Ich vermute, ich werde das nicht in diesem Video schaffen, aber muss ich ja auch nicht. Aber da muss man reingucken. Ich dachte, das muss man einsammeln, weil das McDonalds-Dings ist. Wie komme ich jetzt nicht mehr hoch? Ja, stirb mal bitte, mich weg. Wir können schon, wir können hier wieder. Man, ja, jetzt ist er wieder da. Okay, er muss ja erstmal ausruhen. Ach, hier kann man Grimpen wollen. Oh, wow. Kickflip A, B. Äh, das wäre für den PC vermutet anders. Ich komme sehr gut klar mit der Steuerung, ja. Ich komme super klar mit der Steuerung. Ja, Z und X muss ich wohl drücken für Tricks. Und weil ich nicht die amerikanische Tastatur habe, liegen die Tasten weit auseinander. Verstehe ich das Problem richtig? Gut, Level 1 geschafft, oder? Kann zumindest nicht ein Screen, das Level 1, 2 erreicht wurde. Na. Gib einfach dein Bestes. Wird ich sagen. Roblox? Ist das eine Roblox? Boah, ich muss aufhören, der Taste zu drücken, dann konnte ich jedes Mal dieser Steuerung screenen. Du 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 du. Yeah, I love Burgers. Ach, das war erst eins zu eins. Na gut. War er jetzt? Uh. Sind wir jetzt in einem Flugzeug oder was? Du 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 du. Da war irgendwas. Ach so, da sind so Gase, wie ich mich berühren darf. Ich rusche hier durch. Alles egal. Hab ich auch ne Lebensanzeige? Du bist hier, läuft es hier. Klasse, oder? Mir doch alles egal hier. Oh, ich muss nach oben. Oh nein. Das kann ich nicht einfach nach rechts durchdrücken, ohne Sinn und Verstand. Das ist schlecht. Das überschreitet meinen Skill. Aber. Ja, erneben wir nicht genau. Nein. Konzentration. Jetzt aber. Jawohl. Jawohl. Das ist ja wieder eine Kombination aus Jawohl und na. Irgendwas. Na also. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das gesagt habe. Was ist das hier? So ein Shake. Ich bin da hoch. Ich muss es durchdrücken. Nein, das ist so ein Gas, was nichts gemacht hat. Okay. Wie ist das jetzt schon so? Muss ich nach oben? Ich denke schon. das ist doch nicht so lange oder mich nur drei finden muss ja ich habe die kopf nicht gelesen ich bin hier bei den telefonkabeln wollte dass ich darunter springe mit ein paar ballons aber das hat nicht geklappt oh ich skate nicht mehr sollte dass die sachen nicht vereinfachen ist hier was man sterben kann ich denke doch einfach mal dass ich jetzt leichter durchkommt wenn ich skate und nicht schaffe meine vermutung war dann gerade jetzt derzeit ein timer habe ich hätte vorhin noch in der einzig verlieren können mich dann gebraucht hätte das ist so gut dass ich darauf nicht geachtet habe und in panik verfallen bin ja da ist wieder schon gewinnen man verliert einfach nur punkte und getrocknet dann ist ja gut aber ich kann es nicht sterben punkte sind mir egal bleiben wir alles zum spiel zeigen viel davon eingeladen hat das ist dann glaube ich ob oder das würde mehr sinn angeben ich denke nicht dass ich in meinem video dauerwerbe sind noch in der ecke heimlenken muss ich werde dir sowieso nicht bezahlen das ist dann der fett das ist dann der fett okay das ist dann der blase steuern nämlich an den p-balloon in mario oder wie pluto in einer episode von micky war's wunderhaus um so eine beifeindbar mit gefangen war äh jetzt ist ja hier tatsächlich schade so werben nicht nur für mich woher sondern auch für meinen anderen kanal Oh, jetzt bin ich wohl doch gestorben. Okay, also ich habe hier Michi was Wunderhaus Staffel 2 die besten Szenen hochgeladen. Na, sollt ich euch mal angucken. Jetzt ist es so schlecht, ich bin so schlecht gerade. Ich hoffe einfach mal, dass es dann nur drei Welten gibt, dann könnte ich tatsächlich das zeigen. Denn ich habe gesehen, Videos von dem Spiel auf YouTube, die gingen nur so neun Minuten. Da könnte das ganze Spiel ja drin sein, theoretisch. Was bedeutet, ich müsste das auch schaffen. Das ist so mein Ziel. Und ja, wenn ich mich jetzt nicht doof anstelle hier weiter mit der Blase, dann sind wir hier auch gleich durch damit. Oh oh. Warum einfach hier oben an der Decke die ganze Zeit kleben bleiben. Ja, das hat geklappt. Und habe ich mit ihm ge... Yes. Die haben wir auch. Irgend so ein gummischer Bird. Ich kenne nur Bird. Du, 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 du. KBD. Kein Bock, Duck. Du bist ne Ent, oder? Kein Bock auf dich. Choose your cake. What? Huh? Hier die Nuggets? Hä? Was ist das denn? Ist das ein... Oh, ich muss die Kerze noch irgendwie ausgaben, ne? Äh, ich mach einfach mal irgendwas. Nur noch 12 Sekunden, nein. Der Nuggets-Geburtstagskuchen. Äh, ich mach einfach mal was. Äh, ich mach einfach mal was. Äh, ich mach einfach mal was. Es gab hier auch bei, äh, Schlag den Star neulich, ein Spiel, McDonalds Lieferhelden oder so. Haben sie es auf YouTube genannt. Und es war auch so schamlose Werbung für McDonalds. Wo die Bestellungen aus den Produkten zusammenstellen mussten und dann mit einem Auto zu der Adresse fahren mussten. Da gab's dann so Filio Fisch oder Plant McNuggets oder so. Wo hat's keine Ahnung? Best birthday ever, wartet, war's jetzt? Äh? Äh? Also entweder war ich jetzt komplett neben der Spur. Äh, hab ich noch was verpasst? Ich hätte doch 3 Leute, also ein bisschen, ich hab eine Zeige gefunden, oder? Wo war der Hamburger? Momente nicht. Nee, ne, ne, den den ersten nicht gefunden haben war das nicht der Hamburger? Ne, den WindSO2, warte, jetzt warte ich noch mal wissen, den muss ich erst suchen. Jetzt will ich mir nochmal angucken сейчас. Die muss ich nochmal andere suchen. Ich bin so los gerade. Ach, das am Ende sind die Dinger die ich, ich weiß das auch nicht, ich weiß und das Spiel ist jetzt vorbei. kurz und schmerzlos würde ich mal sagen ich weiß nicht wenn du bist ja dann war es mit dieser folge ich bin doch sowieso spät genug dran dann passt das ja auch die kurzes habe ich nicht so viel zu tun